Musik Sitzt ihr auch gerne mit einem guten Kaffee in der Bibliothek? Da schreibt sich die Hausarbeit doch gleich viel fitter, motivierter und genussvoller. Auch die Literaturrecherche lässt sich mit Kaffee sicher besser machen. Leider ist Kaffee nicht gleich Kaffee. Manche sind besser, manche schlechter. Und so ist es auch bei wissenschaftlichen Quellen. Nur, bei Informationsquellen kann man es ja nicht einfach rausschmecken, oder? Woran kann man dann festhalten, ob eine Quelle für eine Hausarbeit gut geeignet ist? Höchstwahrscheinlich schmeckt der Kaffee aus dem Kaffee nebenan ja auch besser als der Kaffee aus dem Automaten im Foyer. Der Ort der Auffindbarkeit ist auch bei wissenschaftlicher Literatur ein gutes Indiz für die Qualität der Quelle. So sind Artikel aus Fachzeitschriften, die ihr in den lizenzierten Fachdatenbanken eurer Bibliothek oder im Bibliothekskatalog finden könnt, meist gute Quellen für eure Hausarbeiten. Denn dort wird nicht alles Mögliche aufgenommen. Das ist bei Google und Co. natürlich anders. Dort findet keine Qualitätskontrolle statt. Hier müsst ihr also ganz genau hinschauen. Beim Kaffee solltet ihr außerdem darauf achten, dass die Bohnen frisch gemahlen sind, damit der Kaffee sein volles Aroma entfalten kann. Diese Frische ist auch bei wissenschaftlichen Quellen von Bedeutung. Natürlich nicht im gleichen Sinne wie beim Kaffee, aber hier ist es wichtig, dass die einbezogenen Quellen möglichst aktuell sind. Denn ihr solltet euch in euren Arbeiten auf den aktuellen Forschungsstand stützen. Beim Kaffee sollte man zudem darauf achten, woher die Bohnen stammen und unter welchen Bedingungen sie produziert wurden. Denn Kaffeebohnen werden leider häufig unter schlechten Bedingungen angebaut. Es lohnt sich hier auf Labels wie Fairtrade und Bio zu achten. Genauso sollte man sich bei wissenschaftlicher Literatur darüber informieren, was der Hintergrund der Quelle ist. Wer ist die Autorin? Ist sie Expertin im recherchierten Themengebiet? Und zu welchem Zweck hat sie die Quelle verfasst? Steht die Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnis im Vordergrund oder gibt es andere bzw. politische oder finanzielle Motive? Auch bei wissenschaftlicher Literatur kann man auf bestimmte Labels zurückgreifen, die einen Hinweis auf gute wissenschaftliche Qualität geben. Zum Beispiel das Label Peer Review. Das Label besagt, dass sogenannte Peers, also WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler, aus der gleichen Fachcommunity die Artikel vor der Veröffentlichung begutachtet haben. Natürlich ist auch die Bohnensorte entscheidend für den Geschmack des Kaffees. Es gibt verschiedenste Sorten und ob man nun lieber einen milden oder einen kräftigen Kaffee bevorzugt, ist abhängig vom eigenen Geschmack. Auch hier gibt es wieder eine Parallele zu guten wissenschaftlichen Quellen. Denn nur diejenigen Publikationen sind für die eigene Arbeit relevant, die auch zum gewählten Thema der Hausarbeit passen. Man sollte sich also bei jeder Quelle fragen, ob es sich auch wirklich um eine einschlägige Literatur zum gewählten Themengebiet handelt. Dabei lohnt es sich auch zu prüfen, ob in der Arbeit andere Quellen genannt werden und sich am Ende der Arbeit ein Literaturverzeichnis befindet. Schließlich soll die Quellensorte auch wirklich zum eigenen Thema passen und wissenschaftlichen Standards genügen. Der Kaffee im Foyer vor der Bibliothek oder aus dem Kaffee nebenan ist speziell auf euch als Studierende abgestimmt. Auch preislich. Genauso wie gute wissenschaftliche Quellen auf ein wissenschaftliches Zielpublikum ausgerichtet sind und sich somit ganz klar von Ratgeberliteratur oder populärwissenschaftlicher Literatur abgrenzen. Und jetzt lasst euch euren Kaffee schmecken und viel Erfolg beim Identifizieren guter wissenschaftlicher Quellen.